Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play Far Cry 3 im Co-op Modus! Euer Lucas089 und Hammer-LP wieder hier am Start. Lippenbekenntnis! Folge dem Weg zum Funkturm! Äh, bitte nicht so gay. Das wollte ich gerade selber sagen, das war gerade ein bisschen schwul. Jo, aber beim letzten Mal hatten wir, also fand ich, eine geile Bunker-Szene gemacht. Und dann hatten wir zum Schluss noch einen Wettkampf, also so einen Wettbewerb gemacht. Da hat Lucas, äh, ne, Lucifer 080, hä? Lucifer LP, gewonnen. Ja, ist der Strange mit dem Namen. Ja, aber auf jeden Fall coole Erfahrung mit den Granaten. Da ist ein MG-Schütze, der immer noch lebt. Achtung, Hund! Du dummer Hund! Wo die Deckung ist, fuck da. Wo ist denn eure Deckung? Boah! Ja! Ja! Geht mir! Oh, danke! Schon getan! Ich hab' dir gar nicht gesehen. Ich hab' dir gar nicht gesehen. Folgenden Weg zum Funkturm... Funkturm! 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 Was soll ich wieder sagen? Ja, Funkturm, wollte ich sagen. Funkturm, wollte ich sagen. Funkturm, ach du die Scheiße! Und ja... Muni! 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 Funktion! Ja, hab' ich doch grad gesagt. Äh... Hä, ich werd von irgendwo angegriffen! Ah, von links, von links, von links! Ich mach' mein Ding! Kampfstein! Boom! Danke! Wow! Was ist das denn, Alter? Das war cra... A little bit crazy! So, nee. Bam! Doppelkehr! So... Na! Der Turm muss zerstört werden! Oh, cool. Wir müssen den Turm zerstören, wa? Ja, ach nee, Schlaumeier. Jage den Funkturm in die Luft. Oh, hier kann man eine Muni rein. Das hab' ich gesehen, aber ich wusste nicht, wie man reinkommt. Äh... Ich halt' mal den Sprengsatz. Kannst du's überhaupt tragen? Ja, du musst mich einfach, glaube ich, protecten. I protect you. Wir nehmen den Schweingstoff! Ich protecte dich! Wo ist die halt da? Wo ist die halt da? Wo ist die halt da? Ist du geraucht? Ja, aber lauf' nicht so schnell, ne? Ja, 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 keine Sorge. Ich bleib' jetzt stehen. Bleib' stehen, bleib' stehen! Hier ist keiner. Ach, dass sie vorne sind. Links ist einer. Ich lege einfach mal ab, ja. Kampfstreit oder so. Passt. Ich steppe wieder auf, ja? Ja, bevor das respawn wieder. Nein, scheiße. Hinter dir. Habe ich gemessert, super. Okay, Achtung. Wo bist du denn? Ja, ich laufe jetzt. Da, da wird es noch einer. Scheiße, renne weg. Wie jetzt? Fuck, oh, Dings, Kampfstreit. Äh, äh. Ach so, noch weiter wegrennen, oder? Ach, du Kacke. Oh Gott, hoffe ich fällt da nicht auf mich. Das war's. Scheiße, wir müssen noch mehr machen. Oh, krass. Das war geil. Ähm. Du, die nächste Bombe, oder wie? Ach, wir müssen zurück, okay. Ja, nochmal zurück. Schicke eine Bombe mit... Ha, geil. Schicke eine Bombe... Och Gott. Schicke eine Bombe mit dem Aufzug herunter. Geil. Achtung, da ist, hörst du, Stimm. Da links ist einer. Erstmal Muni holen. Einmal. So. Zweimal. Und hier die Bombe. Let's go. Achtung, Schnippe ist hier irgendwo. Ach so, äh. Ja. Öffne mal den Lift, oder so. Scheiße. Ach, ich schläg mal. Muss man hier mal selbst Hand anlegen. Und ich klemme fest. Ach so. So. Da ist ein Snipper. Wau mal, Kampschrei bei mir. Ähm, ja, ja, ja. Hab ich gemacht, hab ich gemacht. Scheiße, das ist ein Fettsack. Was für ein Fettsack? Alter, das sind viel zu viele gerade. Scheiße. Was? Oh, fuck, das ist ein Fettsack. Ich muss mal kurz in Deckung. Scheiße. Musst ja noch reloaden, die Scheiße. Nein, warum boxen die denn nun mal, Alter? Ey, Alter. Äh, ich glaube, Lukas, äh, ne? Ne, 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 kein Ding, kein Ding. Ja, du musst auch mal zu mir kommen. Ach, ne. Dann mach ich schnell Kampschrei gleich danach. Bam. Boah, das sind viel zu viele, Mann. Es geht ab. Ach. Nein. Was, wo ist denn der Dicke überhaupt? Ich hab ihn, ja, ich hab ihn grad getötet. Fit, mein ganzes Leben. Du musst auch immer mal ein bisschen auf meine Anzeige glotzen, ey. Ich bin fast immer am Abkacken, weil ich mich um den Dicken kümmere. So. Weiter mit dem Lift. Guck vorm Ziel, Digga. Hab mir grad zu verkackt. So, ich hab mal die Bombe in den Lift gelegt. Äh, lassen wir den mal runter, ja? Geil. Ja, jetzt, ja. Achtung, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, hier rein? Oh, geil. Yeah. Fetzag, scheiße. Ach, du Kacke. Ich muss die RPG reloaden. Ich auch. Oh, das war Harschhaft daneben. Also, ich hab getroffen. Das war schon wieder daneben. Mach mal einen, ähm... In der dieses Zipper. Ja, mach mal bitte für mich mal so. Oh, hab ihn. Ach, scheiße. Oh, du solltest doch mal hier diesen Nahkampfschrei machen. Ach, ich verkeh's mal, wie der heißt, ey. Zwei nicht schrubben. Also, fahr'n wir mal bei mir, ey. Oh, ja, RPG auch noch nachladen, gell? Ach, wir müssen ne Bombe... Oh, Gott. Noch ne Bombe hinunter tragen. Ne coole Bombe. Ja, ich versuch mal hier ein bisschen was zu machen. Vorher schon. Vorher schon? Okay. Ja, ja, ich bin dabei. Was ist wohl passiert, wenn ich die Bombe über die Kerze halte? Louis, komm jetzt hier rein. Ach so, ich wollte... Ich wollte doch mal ausprobieren. Ja, und jetzt? Raus, alter, renne! Fuck! Fuck! Spring! Huah! Huah! Ja, Mann, das war geil. Ja, wisst ihr wie? Es rennen jetzt so vier Leute raus, ja? Huah! Geil! Ja, Mann. Gut, wir haben wieder was unlocked. Hight and Seek. Huah! Was war das denn? Keine Ahnung. Level 18! Level 19! So, Lel 20! Oh, ich hab die F1. Ja, geil. Was ist die F1? Die Famous, die Farmers. Ach so. Ja, äh, Lukas, wie sieht's aus? Wollen wir mal Pause machen? Ja, klar, das war jetzt eine nette, äh, Aufnahme-Session. Gut. Dann, ähm, ja, verabscheuen wir uns mal. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt, euch das angesehen habt, unsere Freaky-Session. Und ja, ich hoffe mal, euch hat's gefallen. Und denkt dran, abonnieren! Und auch beide, Luzifer-LP und Hamahai-LP. Ja, genau, und unser nächster Kapitel, nächster Kapitel, Grammatik schnell nachschauen. Nächstes Kapitel ist Stoßverkehr. Ja, das ist auch ein geiles Kapitel. Der Stoßverkehr, und das am Samstagabend, ne, wie geil. Ja, aber das gibt nix besseres, wie die überhaupt auf den Namen gekommen sind. Ja, wie Schneckenhengste. Ja, schön. Ja, dann haut rein, ne? Tschö. Bis zum nächsten Mal, tschö.